Also, heute beschäftigen wir uns erstmal mit einem Mod Manager, den ich sehr gerne benutze. Ich habe heute leider nicht so viel Zeit gehabt, weil ich beim Vortage-Team gearbeitet habe und da ist gerade alles am Brennen. Und ich habe versucht, Wasser zu kippen, aber naja. Auf jeden Fall beschäftigen wir uns heute damit. Es ist auch schon spät, ich weiß jetzt nicht genau, ob ich jetzt einen Fehler reinmache oder nicht. Dann bitte überseht das, weil ich bin müde. Also, als erstes downloadet man sich den Mod Manager. Ich habe ja schon mal was vorbereitet, also die Links zumindest. Den Mod Manager muss man sich auf jeden Fall erst mal runterladen. Dazu downloaden unter Files. Hier lädt er jetzt so schön. Jetzt nochmal fertig. So, und da ist hier die Version 1.5.0 Full Installation. Okay, und ja, auf jeden Fall, ich benutze die 1.5.0. Ich glaube, das ist auch momentan die beste. Und die downloadet man sich runter. Drückt man hier drauf. Dann wartet man. Ich bin jetzt nicht eingeloggt, weil ich euch noch zeigen wollte, wie man sich registriert. Registration. Link natürlich in der Beschreibung. Und dann geht man hier auf Registrate. Okay, wichtig ist, dass man hier nichts ordnenkreuzt, weil sonst muss man Geld bezahlen. Also, Create Account. Und dann gibt man hier ein, seine Informationen, wie zum Beispiel bei Trixo. So, dann halt E-Mail-Adresse, Passwort. Nochmal das gleiche Passwort bestätigen. Muss man nicht angeben. Und hier die Frage, die einem gestellt wird. Und dann halt hier noch die Zahl eingeben. 4, 6, 6. Und dann hier halt Send Me Infos natürlich rausmachen. Dann I have read all the bla bla bla. Auf jeden Fall. Dann sollte man sich theoretisch auch noch das Ding durchlesen. Ist nicht groß, ist nicht lang und ist halt zwar auf Englisch, aber egal. Wer ein bisschen in der englischen Sprache mächtig ist, kann das auf jeden Fall ausfüllen, durchlesen und dann halt ein Häkchen machen. Dann drückt man auf Create und dann wird einem eine E-Mail zugeschickt. Die muss man dann bestätigen und dann kann man sich einloggen. So, wieder zurück zum Eigentlichen. Ich werde mich jetzt mal einloggen. Login. Silence. Passwort. Werde ich nicht verraten. So, jetzt bin ich eingeloggt. Und jetzt kann ich Files. Laden, laden, laden. Und dann hier drauf drücken. Jetzt dreht sich wieder alles. Und dann kann man sich aussuchen, wo man es runterladet. Ich empfehle, dass man es auf jeden Fall bei den Normal-Servers runterlädt. Und zwar in London oder in London N2 oder N3. Kommt drauf an, wie viele gerade laufen, laden. Die anderen würde ich auf keinen Fall benutzen. Und jetzt sehe ich hier gerade London N4, London N2 und London N3. Und der niedrigste ist momentan N3 und N2. Also kann man sich einen von beiden aussuchen und kann sie dann runterladen. So, wenn man es jetzt runtergeladen hat, dann schließt man das Ding wieder. Erstmal. Dann geht man auf seinen Download-Ordner. Dann geht man auf... Ich habe den schon mal entpackt. Man kann dafür 7-Zip. Ich benutze mal 7-Zip. Oder man kann auch WinRAR benutzen. Link natürlich in der Beschreibung. Dafür werde ich jetzt nicht zeigen, wie man es runterladet. Dann startet man halt hier die TMM Setup. Muss aber noch vorher unter Einstellung gehen. Kompatibilität. Berechtigungsstufe und dann hier ein Häkchen bei Programm als Administrator ausführen. Und dann geht man auf OK. Okay, ich habe jetzt mal eine kleine Unterbrechung gemacht. Jetzt ist es schon recht früh und irgendwie schreit gerade mein Internet. Ich weiß auch nicht warum. Okay, was ich noch dazu sagen will. Man startet es einfach. Ich habe das jetzt schon als Administrator eingetragen. Er fragt einen. Dann macht man hier ein Häkchen, da ein Häkchen und drückt auf Installieren. Und dann steht meistens da successfully installed. TES Mod Manager 1.5.0. Wenn das nicht passiert, dann sollte man sich auf jeden Fall etwas herunterladen. Und zwar, ich zeige das jetzt mal da. Deinstallieren. Hier, Net Framework und Microsoft Virtual C++ 2010 64 oder 86, also 32 Bit oder 64 Bit runterladen. Und zwar die Redistributable Version und davon wahrscheinlich die 10er. Also, die sollte man auf jeden Fall besitzen. Und dann braucht man noch die Microsoft Net Framework 4 Client Profile. Und wenn man will, kann man sie noch auf Deutsch herunterladen. Und dann halt noch die Extended. Und wenn man die beiden sich runtergeladen hat, die lassen sich bei Microsoft runterladen und auch installieren. Ist recht einfach. Ich kann das jetzt nicht zeigen, weil ich kein Internet habe. Aber ich werde natürlich die Links in die Beschreibung packen. So, ja, wenn wir den installiert haben, was machen wir dann? Natürlich starten wir ihn. Starten wir ihn mal. Okay, er startet. Hoffen wir mal, dass es jetzt auch kein Problem ist, weil ich ihn gerade doppelt installiert habe. Und hoffen wir mal, dass er kein Internet braucht. Ich könnte ja jetzt mal kurz Test eingeben. Test. Oh, er braucht doch keins. Okay. Hier. Hier auf der linken Seite sind die Mods, die ihr besetzt alle installiert habt. Nun, wenn ihr zum Beispiel bei Steam auf Workshop gegangen seid, dann könnt ihr euch ja automatisch die Dinge abonnieren. Und dann werden die bei euch automatisch runtergeladen. Die sind auf jeden Fall dann in der linken Spalte. Und in der rechten Spalte, das finde ich, ist sehr interessant. Jetzt zum Beispiel beim Skyrim Script Extender. Der hat die Version 1.6.16. Der ist ein bisschen veraltet. Hier sieht man es auch. Neueste Version 1.9.2.3. Und der sagt das dann auch. Das ist eine neue Version vom SSK. Ich glaube, es ist gerade 1.7 oder so rausgekommen. Und das sagt er ein. So. Jetzt zum, ja, weiteren Verlauf. Ich werde jetzt mal kurz zeigen, wie das Teil hier funktioniert. Also. Nein. So, wir hier. Der Ashin Race ist jetzt gerade aktiviert. Die könnte ich jetzt deaktivieren. Ich will den jetzt nicht deaktivieren. Ich will jetzt erstmal zeigen, wie man ein Mod hinzufügt. Wie zum Beispiel der Skyrim Script Extender oder die Ashin Race. Die man natürlich auch für die Lucari Race braucht, weil die hat diese schöne Race Compatibility Punkt ESM, die auch die andere Rasse braucht. Ich trinke mal kurz was. Entschuldigung. So. Weiter geht's. Der Vorteil ist, wenn ich hier jetzt einfach auf deaktivieren strecken würde, äh, drücken würde, dann würde sich alles, was entpackt wurde, wieder zusammen zurückpacken in die OMOD Datei. Punkt. OMOD. Und das ist der Vorteil, wenn ich jetzt zum Beispiel Skyrim Script Extender SKRSE deinstallieren will, dann brauche ich den nur hier zu deaktivieren und dann löschen. Und schon kann ich wieder eine neue Version vom Skyrim Script Extender installieren, ohne dass er rumspackt. Ja. Jetzt zeige ich mal ein Beispiel, wie man einen Mod erstellt. Man geht hier auf Create. Dann geht man auf Add Archive. Dann geht man hier runter und guckt jetzt so hier, wie zum Beispiel die eschienen HD-Rays. Und die öffnet man. Und jetzt, äh, nimmt er sich alle Dateien, die er findet und alle Informationen erst mal aus dem Archiv. Wenn er da nicht weiterkommt, wird er mich gleich fragen, ob ich ihn von Nexus runterladen will, ob ich die Datenbank von Nexus nutzen soll, um alles zu vervollständigen. Und das, glaube ich, passiert gleich. Hier. Import Infos from, äh, Nexus. Und wenn ihr nicht eingeloggt seid, wird er euch jetzt erst mal nach dem Passwort fragen, was wir eben schon eingerichtet haben. Also, durch den Schnitt, natürlich, eigentlich habe ich das gestern Nacht aufgenommen und, ja. Dann drückt man auf OK und jetzt lädt er von Nexus alle Informationen herunter, die über dieses Archiv mit dem Namen vorhanden ist. Ich glaube, das geht gerade nicht, weil mein Internet gerade Probleme macht. Ich gucke noch mal kurz nach, was er hier für ein Problem hat. Ich mache hier jetzt mal kurz einen Cut, weil er kann das jetzt nicht laden. Ich werde jetzt mal nachgucken, warum mein Internet jetzt so Probleme hat. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe das Problem jetzt gelöst. Es lag daran, dass meine Mutter den Internet, also meinen D-Link rausgezogen hat. Den Laden nennt sich das. Und der geht über die Steckdose bis rüber und so weiter und so fort. Äh, ja. Äh, Schienrace, jetzt hat alles aus dem Internet rausgesaugt und alle Informationen und wie es konfiguriert werden soll und so weiter. Und jetzt braucht man theoretisch nur noch auf Create zu drücken, aber ich habe leider den Mod schon installiert. Deswegen werde ich jetzt nicht Create drücken. Wenn ihr jetzt Create drücken würdet, dann würde er das zusammenpacken. Das heißt, es dauert erst mal ein paar Minuten. Das ist aber nicht schlimm. Wer Zeit, Ruhe und eine gewisse Struktur haben will, der sollte auf jeden Fall diesen Mod Manager benutzen. Wer einen Nexus Mod Manager nutzen will, der kann ihn auch nutzen. Und ich glaube, dafür gibt es auch recht viele Tutorials, aber ich mache halt gerade diesen, weil der mir persönlich am besten gefällt. Und weil er, also ich habe noch kein Infovideo darüber gesehen, über den hier. Und ja.